Tulpen, die Ende Mai noch blühen. Heuer haben wir wirklich ein spätes Jahr. Was das für uns Gärtner bedeutet, darum geht es heute. Herzlich willkommen. Ja, Tulpen, die Ende Mai noch blühen oder Rosen, die jetzt noch nicht einmal Knospen zeigen. Jedenfalls in vielen Gegenden Österreichs oder Pfingstrosen, die in manchen Gegenden wahrscheinlich erst im Juni blühen. So wie hier bei uns im Salzkammergut. Ich habe kürzlich mit einem alten Gärtner gesprochen. Der hat mir gesagt, späte Jahre sind gute Jahre. Warum? Aus dem einfachen Grund, weil die Pflanzen viel langsamer, viel kräftiger und viel gesünder wachsen. Bei ihm hat es übrigens so geheißen, Balkonblumen werden nicht vor dem 15. Mai verkauft. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber auch ich erinnere mich an die Zeit, als ich als zwölfjähriger Junggärtner im Klostergarten meiner Heimatstadt bei den Klosterschwestern Gurken kaufen wollte. Dann haben die Schwestern zu mir gesagt, nicht vor den Eisheiligen, denn wir wollen, dass unsere Pflanzen überleben. Schaut da zum Beispiel da unten. Da stehen noch die Stiefmütterchen, die Hornpfeilchen. Eine Pflanze, die normalerweise Ende Mai schon fast vorüber ist, weil sie die Hitze nicht verträgt. Und heuer blühen sie und blühen sie. Was bedeutet das Ganze für die Natur? Eine große Erholung. Wenn man schaut, die ganzen Gehölze, die Bäume und Sträucher wachsen ungeheuer, weil es gleichmäßigen Niederschlag gibt. Also für die Bäume ist das viel, viel besser. Was wahrscheinlich passieren wird in den nächsten Wochen und Monaten? Wir werden viele Blattläuse haben. Denn die Temperaturdifferenzen zwischen Tag und Nacht sind doch sehr gewaltig. Daher also vorsorgen und aufpassen. Zum Beispiel gleich Schmiersweifenwasser herrichten oder, wenn man Blattläuse sieht, abstreifen. Das ist etwas, was man unbedingt machen sollte. Generell gilt aber, so ein kühles Jahr verzögert alles. Und daher werden wir einen sehr, sehr schönen Sommer bekommen. Das ist meine Meinung. Und wir werden mit Sicherheit auch ein sehr gesundes Wachstum bei allen Bäumen und Sträuchern bekommen. Also, späte Jahre sind gute Jahre. Da hat wohl der alte Gärtner schon recht gehabt.